Man kann ja von Sekten halten, was man will. Also ausser man ist in einer Sekte, dann kann man das nicht. Das ist ja genau der Punkt. Aber für alle anderen gilt, man kann von Sekten halten, was man will. Ich zum Beispiel habe Mitleid. Also nicht nur mit den Mitgliedern, mit denen sowieso. Die können gar nichts dafür und wissen meistens gar nicht, was sie da machen und wo sie eigentlich gelandet sind. Das ist ja mega offensichtlich. Letztes Winter zum Beispiel habe ich gesehen, wie ein paar Zeugen Jehovas mit ihrem Stand stundenlang im strömenden Schneeregen gestanden sind. Mit einem Schild, das draufgestanden ist, warum sind wir hier? Und ich fand, du stellst die richtigen Fragen. Und logisch sind sie verwirrt. Gerade jetzt in dieser Zeit. Ich meine, du hast dein ganzes Leben lang komplett isoliert in einer Sekte verbracht, damit du in den Himmel kommst. Und jetzt sitzt du seit Monaten isoliert in deiner Wohnung, damit du nicht zu früh in den Himmel kommst. Aber ich habe nicht nur Mitleid mit den Mitgliedern, sondern auch mit den Sektenführern. Für dich war es auch kein gutes Jahr. Speziell nicht für Endzeit-Sekte. Ich meine, stell dir vor, du bist so ein Sektenführer. Hast du in den letzten 20 Jahren schon etwa fünfmal erzählt, die Welt ginge unter? Hast du jedes Mal all deine Schäfchen bei dir in den Stuben versammelt, zum gemeinsamen Apokalypse-Apero und dann so... Ah nein, doch nicht. Entschuldigung, falschen Alarm, aber wenn wir schon mal alle da sind, ähm... Orgie? Und jetzt plötzlich, globale Pandemie, Millionen Menschen sterben, der Weltuntergang gerät und du hast nichts gesagt. Stell dir vor, es ist Weltuntergang und keiner hat es prophezeit. Wobei, noch schlimmer. Wer hat es prophezeit? Der Bill Gates. Was? Ich meine, da hast du jahrelang an deinem Image geschaffen. Hast dich rausgeputzt wie eine indische Gottheit. Hast dir auch noch so einen extra imposanten Hut gekauft. Und dann kommt irgendeine Hose, irgendein halbes Hemd wie der Bill Gates. Ein Informatik-Nerd gefangen im Körper von einem KV-Lehrling. Der Typ, der für Windows Vista verantwortlich ist, ist verlässlicher als du. Und dann kommen deine Schäfli mit ganz glänzigen Äugeln zu dir und fragen, und, ist es jetzt so weit? Und du so, nein, noch nicht jetzt, ich sag dann schon, wenn! Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Sektenführer hofft, dass die Welt nicht untergeht. Und was machst du, wenn es trotzdem passiert? Ich meine, reagierst du jetzt noch spontan? Machst du ein Zoom-Meeting? Weisst du, so wie all die virtuellen Neujahrs-Aperons? Aber anstatt, dass alle bei Posten einen kleinen Prosecco, eine Packung Flüte und ein paar Baslerleckerli bekommen, verschickst du dir so ein Märtyrer-Fress-Päckchen mit Rattengift, Ziankalikapseln und Baslerleckerli. Zur Sicherheit, dann versticken sie an denen. Und aber auch dann machen wirklich alle mit. Es ist Zoom. Ich meine, wenn du nicht mal kontrollieren kannst, ob alle eine Hose nahe haben, wie würdest du denn kontrollieren, dass alle die Kapseln schlucken? So, jetzt alle zusammen auf drei, zwei, eins und hopp! Du zerst! Nein, du! Zerst du! Ehrlich gesagt, stelle ich mir das vor wie das traurigste Impro-Theater der Welt. Alle so. Ah, ah, aua, Gift in meinem Körper. Es tut so weh. Ui, ich glaube, ah, ich muss sterben. Ah, ah, aua, 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 aua. Tschüss zusammen. Ah, ah, aua, aua, oh. Ah, ah, ah. Oh, ah, ah. Ah, ah. Haha. Oh, ah.